Können Sie mich hinten am Gaumenzäpfchen kratzen? Das hab ich so gern. Sätze die man beim Zahnarzt nicht sagt. Fünf Jahre alte Superhello, das muss ja eine Bomben-Zahnarztpraxis sein. Ich hab gar keinen Schmerzchen, ich hab nur einen Fetisch für Gummihandschuhe. Also ich fühl mich so wohl bei Ihnen. Machen Sie auch Darmspiegelung? Aber mit einem neuen Schlauch dann, ne? Bohren? Aber nur mit Betäubung. Haben Sie Crystal? Wurzelbehandlung? Da freu ich mich seit drei Monaten drauf. Na, Lust auf ein Quiz? Ich rülpse und Sie raten, wie viele Eier ich hatte. Zahnseide? Zahnseide mag ich ja, hab ich sogar ein Höschen draus. Ich bin übrigens Angstpatient und sehr lichtempfindlich. Können Sie es ein bisschen dunkel machen? Beim Proktologen war schöner.